Hallo und herzlich Willkommen zurück ihr Lieben, hier ist euer Mitsu und mit dem dritten Let's Play für euch, es heißt Misao, ist das erste Spiel vom Macher von Madfather und wurde mir auch wieder empfohlen und ich will es auch gleich für euch wieder spielen, also fangen wir einfach mal an. Also es gefällt mir schon mal bei dem Spiel, ich habe schon mal leicht angetestet, also nicht wirklich weit gespielt, nur so hier eben das hier und man kann den Charakteren die eigenen Namen geben, äh, ja, das heißt mit Mitsu, ne? Original Charakter ist Aki, help, find me, oh Misao, ist das you Misao? Misao, und ich werde diesmal nicht alles vorlesen, I was a dreaming, weil es hier wirklich viel zu viel Text gibt, wenn ich das alles vorlesen werde, dann werden wir ja nie fertig. I thought I am Misao, because it was just a dream, it's been 3 months, oh no, it's too late, I'm gonna be late for school. Minao, never stood out too much in your hour class, she was just a simple girl, lady, I wasn't too close to her, but I was always worried about Misao being alone, I hoped I could be a friend, but that I didn't happen, 3 months ago, Misao went missing, she wasn't coming to school and she hated to come to either, she is not the type to feel home, our parents were saying that she may have got involved in something, well I'm off. Our class beat the rumor that Misao was long dead by now, I really hope they're wrong, I wanted to be your friend. So, ja, Misao ist die Hauptperson, in dem es eben in Misao geht. Ich glaube, das habt ihr schon aufgegriffen. Ich werde den Text jetzt auch lang genug stehen lassen, dass ihr sie auch mitlesen könnt. Hier, dann hier. Also, das war das noch einmal. Ja. Ich werde den Text jetzt auch mitlesen. Aki ist genau wie ich. Einfach nur aus dem Fenster gucken. Einfach nur aus dem Fensten. I'm just best friend Cool A fateful old girl who's locked up to a soda Do 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 Dek 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 This is terrible Dek 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 One is not a facial name Two is one It's not a facial name Das war's für heute. Man, my ass. Dies auf dem Turis. Geist, oh! Oh, da ist er. Oh, da ist er. sind ja auch alle gleich hier Ah, das ist nicht irgendwie klar, dass es was passiert. Ein Erfkrieg! Oh, es ist ein Dark Ride Creek! Misao ist real mad at us. What the hell? Das ist Feinsart. Misao? 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 I can't hear you speaking to me. Shut up. Misao? 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 Da ist es. Hamburger? Hamburger? Mitsu? So, ach wie cool. Ah, ok, wir können das erste mal speichern, ähm, da ich jetzt noch nichts vom Spiel gesehen habe, ich weiß nicht ob wir jetzt auch was vom Spiel sehen werden, nach dem Speichern, ich höre jetzt aber erstmal beim Speichern ja auf, 11 Minuten, und ich freue mich schon auf den nächsten Part, ich bin gespannt um was es hier geht direkt, also es geht um ein mieser Ohr, aber was da passiert ist, will ich wissen, ich freue mich auf den zweiten Part, ich hoffe ihr auch, euer Mezu, bis zum nächsten Mal, reingehauen.